Wieso? Haben wir den noch nicht gesehen oder was? Weil ich noch. Oh gut, aber ja, oh! Hey! Hey! Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, hier im Saarwiesenstadion in Hilbring, wo unser FSV heute die Gäste von den Sportfreunden Hüttersdorf empfängt. Die Gäste aus Hüttersdorf und der Trainer Marco Hürth gehen mit folgender Aufstellung an den Start. Mit der 1 Florian Busche, mit der 2 Patrick Schwetschuk, mit der 3 Dominik Bär, mit der 4 Timo Groß, mit der 5 Benjamin Kunz, mit der 6 Christian Pinger, mit der 7 David Itkowiak, mit der 8 Eugen Lesnig, mit der 9 Dennis Müller, mit der 10 Daniel Schwindling, mit der 11 Pascal Oster. Auswechslungspieler mit der 16 Niklas Noss, mit der 12 Mike Löckner, mit der 13 Jens Scherer, mit der 14 Parti Pan Vijayentran, mit der 15 Torsten Gründl. Der FSV-Trainer Christian Weiland steckt heute folgende Aufstellung an den Start. Mit der 1 im Tor Florian Lorenz, mit der 3 Hamza Kassem, mit der 4 Christian Weiland, die 6 trägt Christoph Tritz, mit der 7 Manuel Nitschke, mit der 8 Stefan Tritz, die 9 trägt Carsten Hepper, mit der 11 Andreas Schiffmann, mit der 12 Lukasz Majiniuk, mit der 13 Bünjamin Akdemir, mit der 15 Waldemar Wist. Auswechslungspieler mit der 21 Jens Gastauer, mit der 2 Tobias Kratz, mit der 18 Marc Georg, mit der 10 Benedikt Engels, mit der 14 trägt Eike Horsch, mit der 16 Enes Ferisovic, mit der 17 Burak Akdemir. Nummer 5 Ali Kassem. Schießrichter der Partie ist Gerd Heyers-Schrollbach. Kassem. Er ist gut, denn er ist gut, denn er ist gut, denn er ist gut. Ja, ja, das ist drin. Na, wieder Ball. So, jetzt kommt er. So, jetzt kommt er. Komm, helfen einer. Jetzt! Jetzt! Jetzt kommt er. 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 Ich habe schon mit meine beste Saison gespielt. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab noch mit. Ich habe noch mit drei Saison gespielt. Ich habe noch mit dem Platz. Das ist gut. Das ist gut. Ja, Tennis, er geht auf Dein Kappen! Ist er der Trainer? Ist er der Trainer? Sehr klasse! Marco! Das war super, schwer gefällt, kein Witzkrankeur. Zeit, Zeit für Hansa! Hanser! Du doch mal! Sehr gut! Sehr gut! Die sind halt acht. Der Baum wird jetzt verbracht. Macht das mal. Warum würde er Binnen bespielen? Oh, dick! Oh! Oh! Hey! Außen! Außen! Wo steht der Mann? Hat sie ging? Ach, sie werden! Sie werden kommen! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ab, auf, auf! Hey, hey! Der hat eine Ballabschung. Das ist nicht so, was man noch tut. Ja, bei den Wechsel aber! Na gut, der war schwer. Von der Seite. Das war gar nicht. Und dann sagte mal, hey! Mann, der hat einen Freier. Außen, die Afin, schadei! vent! Oh! Jetzt engere, ey! Kommen! Kommen! Ich steh auf, es ist ein Papel. Das hat doch kein Wert. Zieh dir das nicht in. Einmal. Einmal, einmal. 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 Oh, da gilt ja auch keiner auf der Fall. Noch einer, noch einer! Der Dreier! Oh, da gilt ja auch nicht. Und nochmal aus der Achtel, das ist die nächste. Ganz schnell! Ganz schnell! Ganz schnell! Und nochmal aus der Achtel, das ist die nächste. Das ist die nächste. Das ist die nächste. Das ist die nächste. Hör ich ab! Also verhüllt er den Fuss. Und dann bringt er die Leute den Paro mit dem Kopf dran. Ja, biet sich auch keiner an. Ja, Mann! Jetzt geh mal in der Linie! Da haben wir die Räder mit zwei Mandeln. Da biet sich keiner an. Unglaublich. Ja, du wirst jetzt sehen, der Spanische ist jetzt für 20 Uhr auf der Ostsee angeboten. Und dann hat man de facto nur einfach... Weißt du das? Nein, nein! Schießt! Da schießt! Warum schießt er? Ist ja so, das Problem ist, ich gehörte ja auch an der Uni mit denen ich will halt die Englisch mitgehen. Warte, noch! Geht, geht. Warte! Gut kass. Schnell los mit den Seiten. Ich bin nicht schnell los. Der Rächti muss aus. Warte, noch was. Schönen. Ah! Ekel! Oh! Endlich mal durchgeschossen. Der Lager ist gesehen drin. Nein, nein, nein. Vielen Dank, Frau. Vielen Dank, Frau, Frau. Vielen Dank, Frau, Frau, Frau. Wie ist das? Ah! Oh! Wie lange, Frau? Das wird doch ganz frei, der Jens. Bei Hans-O-Rehen, genau. Ja, das hat der Auswand ja viel schlimmer. Oh, Eugen! Jetzt aber! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Geht das doch nicht! Das haben wir ausgeschossen. Nein, Mann! Der lift! Der Fuß aufgesetzt. 100%. Ein lieber Schätzchenstein. Schwächer. Oder quell ich nicht? Und da muss ich mal zweitermachen, lass nicht immer flessen. Der Rett auf der Baustein. Das kommt schon an. Das kommt so an. Und das läuft's aus. Wow! Wow! Das ist in der Klasse an der Mauer. Gut, Patrick, kann bleiben! Ja, warum pfeift der Weine? Ich pfeift er nicht. Hey! Frau! Was ist denn, wenn er rief, pfeift er? Wieso, der andere hat doch dabei gespielt. Das ist egal, ja. Pfeift schreibt und schreibt. Ja, das ist das Worte, das ist das Worte. Das ist nur ein Worte. Das ist nur ein Worte. Die Menschen, die Menschen, die Hems, die bellen. Wo ist die Mauer, Mickey Mouse? Die Scherz in der Box, wenn sie auf die Ball gingen. Dear G Oraえница und Jens. Chens Kino! Ja! Halt, Bernd! Ich bin auch stark! Komm, hey, Gens! Gens, geht noch weiter gehen! Zeit, sagt gewesen zu mir. Wegball! Weg! Hopp! Gens, eu regnen! ... einer Mane... Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Das ist aber ein Schatz! Geh'n da auf! Wir gehen langsam auf! Wo sind wir da hin? Wir gehen langsam auf! Ich darf noch vor! Darf ich hempfen? Nein! Das ist hier noch! Oh, oh, oh! Das war schon Konšt! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Das war schon Konšt! Da hängt sie einmal im Kopf wieder dran! Zehn, zehn... Zehn, zehn... ... Schatten von denen, was der normal spielt! Der ist schlechten Schwarzwegs! Der kämpft und normalerweise macht den Abgeriss, aber auch... Schieß, schieß! 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 Hey, außen! Daniel! Wo? No! 富izer! Er ist noch nicht schlecht! Das ist noch nicht schwer! Noch ein, zwei, Wasser. Wow, wow, wow! Cool, cool. Das ist schon... Jetzt rein! Oh, oh, oh. Oh, oh. Schön, aber. Ja, ich hab abgedeckt, ja. Oder gerade zum Fuß. Der Spieler nicht schreit, er pfeift er. Er pfeift er. Das ist auch bei den Profis genauso. Ja, ja, klar. Da verkraschen eher die denn. Ja, starb ist gar nicht. Der hätte vielleicht jetzt mal vorne. Ich denke, das ist ein Latz-Lima, dann war ich schon da. Der stärkste ist raus. Oh, das gelbe Karte. Ich glaub, der hat gar keinen bei sich. Weiter Fuß, weiter! Heimendor. Ja, rauf! Ja, da ist doch nichts. Komm, T seiner, Mann. Hach! Durch, durch! Woh! Wunderbar! Oso war egal. Das ist kein Rad hier, das ist illegal. Kommen wir mal! Tschüss! 72. Spielminute 4 zu 0 für den Nevis-Freihoffringen Torschütze mit der Nummer 9 Carsten Hecker! Ah, das ist der Name Hecker! Das ist der Name Hecker! Das ist der Name! Das ist der Name! Oh, guck mal wo der läuft! Ja, hat der gepüfft? Gar nicht, hat er gepüfft! Raus, raus, raus! Die Hanna war auch kack! Richtig zäh, ich bin nur irgendwie auf Waffe! Oh! Ah ja, aber Hanna hat zwar das Gefühl! Guck mal, kommt der von den Hündern! Wie ein Opa! Oh! Und die träumen ja auch nur! Hier, von den Hirn raus, hebe frei! 4. 0! Oh, das war ja! Ja, da ist doch ganz einfach ein Parkselement! Was ist jetzt ... Er trägt endlich zum zu eliminieren, das storesch! Ja! Na, denk mal, die Leute! Mann, die sind nicht aus! Sieh, da sind nicht aus! Ja, die sind ja hier! Und du willst da sprechen! Du willst raus, du? 1. 3. Ganz einfach! Kall doch mal, der geht durchs 3, Mann! 4 Pass. 4 Pass. 4 Pass. 4 Pass. Der Pass. Der Pass hat die Pass. Der Lars hat gar nicht mehr richtig mit der Kempse, aber er hat gar nicht mehr Müll. Der Enttündung. 82. Spielminute. Heves-Wachelsbringner Hütte auf 5 zu 0. Torschütze Mitte Nummer 10. Ferisovic Ines. Ich meine, das ist ja egal. 5 oder 6 oder was aber. Wir lassen die Bälle abknallen und dann ist es wie so ein kundinischer Schammer. 1. Außen, Dominik. 10. Oh, der Traum, der war sich schön krank. Ich glaube. Jungs, wir ankämpfen jetzt mal aus. Spielen weiter. Jetzt kämpfen wir noch ein bisschen. Jetzt kämpfen wir noch ein bisschen. Jawohl, Manu! Ich war doch aus. Drei Schäufe. Wollen wir jetzt wieder nacheinander. Wollen wir nacheinander? Wollen wir das mal zum Frühstück? Ja. So geht's, Junge. Zieh ab. Zieh ab.